hallo youtube und willkommen zu einem weiteren guide heute geht es einmal um das ostrakon rätsel ein arm und ein bein zunächst schauen wir uns an woher wir diese rätsel bekommen dann wo wir hin müssen und natürlich auch was halten wir überhaupt als belohnung dafür wie immer starten wir einmal auf der karte und zunächst müssen wir nach agoles denn hier oben links in der hauptstadt er nicht einfach mal gibt es das haus des anführers und hier erhaltet ihr das entsprechende ostrakon rätsel für die lösung gehen wir von hier aus einmal nach rechts unten denn hier beim tal der träume haben wir ein synchronisation punkt und rechts von diesem synchronisation punkt quasi direkt in dem gebäude wo der synchronisation punkt steht dort geht es einmal weiter denn wenn wir hier einmal drum herum laufen haben wir einen eingang und wenn wir hier hinein gehen können wir auch direkt interagieren um das rätsel zu lösen und erhalten dafür die gravur 30 prozent kritischer schaden bei niedriger gesundheit auf einmal auf einmal nah d